Hey Leute, ich bin's wieder, Samo von Orwell46.de und heute mit einem ganz besonderen Produkt und zwar das Auffällungsgel von Perlweiß, also das Perlweiß Hollywood Bleaching Weiß mit 2x10ml Flaschen. Natürlich, nach 7 Tagen zeigt es eine deutliche Wirkung und die Verfärbungen sind natürlich verschwunden und die Zähne wirken auf jeden Fall heller. Dank des 2-Phasen-Konzepts natürlich, des innovativen 2-Phasen-Konzepts mit dem Aufheller und dem Aktivator, das man dann aufträgt und es trocknet natürlich in Sekundenschnelle und das macht man dann in 7 Tagen und dann hat man deutlich weißere Zähne. Für alle, die viel Kaffee trinken oder rauchen oder sich einfach noch weißere Zähne wünschen. Ja, natürlich ist eine Aufhellerungsskala mitgeliefert, an dem man halt seinen Erfolg messen kann und ja, man sollte auch auf jeden Fall den direkten Augenkontakt vermeiden und es vor Kindern unzugänglich bewahren. Auf jeden Fall sehr wichtig und das war es erstmal wieder von mir, falls ihr euch dieses Produkt zusagt, dann klickt doch einfach mal unten in die Videobeschreibung. Der erste Link führt natürlich zu diesem Produkt und ja, das war es erstmal wieder von mir. Ciao und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.